Die Mission Titelverteidigung beginnt. Die deutschen Handballer sind in Kroatien gelandet. Nach der Ankunft im Teamhotel nahm die Vorfreude auf den EM-Auftakt noch einmal zu. Langsam merkt man natürlich, dass es ernst wird. Ich glaube, wir freuen uns jetzt alle, endlich hier zu sein. Und so langsam weiß man, dass es losgeht. Bereits am Abend absolvierte das Team um Bundestrainer Christian Prokop eine erste Trainingseinheit. Am Samstag bestreitet der Titelverteidiger dann sein Auftaktspiel gegen Montenegro.